Ich finde das mit den Kindern und den Teenagern immer noch ein bisschen komisch gelöst, muss ich zugeben. Und da man als Schüler eigentlich viel mehr Freizeit hat, als ein Erwachsener, der den ganzen Tag arbeiten muss. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das ja in Amerika anders, aber jetzt mal so aus eigener Erfahrung. Hat man als Kind oder als Teenager viel mehr Freizeit als ein Erwachsener. Und in Sims ist es ja wirklich so, dass die Teenager nur Schule, Job, nach Hause kommen, Hausaufgaben, schlafen, nächster Tag. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht sollten wir den beiden die Jobs mal wegnehmen. Ich glaube, dann verarmen wir, kann das sein? Der Johnny-Nussbaum ist irgendwo in der Natur, was? Was? Ne, der arbeitet noch. Ne, aber sein Job ist nicht mehr so scheiße. Cool. Da hat auch wieder gute Laune. Oh, jetzt hat er Spaß. Nice. Die Insekten haben ein ganz schönes Chaos veranstaltet. Aber du hast es... Äh, ich habe es rechtzeitig geschafft, das Insektarium sauber zu machen. Der Klassenraum riecht wieder frisch und rein. Ähm, was ist das? Mit Spielzeug spielen. Spielzeug! Ja. Ach, deswegen ist es schon so, weil wir jetzt Winter haben, ist es schon so früh dunkel. Jetzt check ich's. Ich wundere mich schon die ganze Zeit dabei. Boah, der Winter ist entwampirfreundlich. So, dann sollen sie noch mal kurz spielen. Ich will jetzt noch auf den ersten Schneefall warten und dann werde ich, glaube ich, die Aufnahme beenden. Ich hab langsam so ein bisschen Hunger. Hunger! Sollen sie schlafen. Boah, Johnny kommt von der Arbeit nach raus. Sollen sie nicht komplett kaputt. Dann kann er Hausaufgaben machen. Nee, nee. Wo ist es eigentlich schon da? Ach, die macht auch schon Hausaufgaben. Boah, seit wann sind sie so fleißig. Was macht Oma? Nee, Oma hat doch jetzt ihr komisches neues Buch. Die soll doch hier ihre Dinger lesen, ihre Bücher. Hä, wo hat sie denn... Die hat doch drei gekauft. Wo hat sie denn schon wieder alle gelassen? Moment mal, Regal öffnen, dann haben wir jetzt alles doppelt. Ja, wir haben alles doppelt. Nein. Dann können wir das hier und eins von denen hier gleich wieder verkaufen. Was ist dein Problem? Boah, die ist schon fertig mit den Hausaufgaben. What the? Sollen sie noch ein bisschen... Vielleicht macht ihr das Spaß? Irgendwie hat schon Tal hier in ihrem Zimmer gar nichts, um Spaß zu haben. Warte mal, was war das denn hier? Ach, bei manchen konnte ich die Farbe einstellen, gell? Oh mein Gott, so ein Kind! Ah, und kein Fernseher. Ich schnapp mir die Gitarre. Jetzt stelle ich sie wieder hin. Boah, ich bin so schlau. Haha, ich bin so böse. Oh mein Gott, da schläft jemand! Hallo, du! Dumme Crew, verpiss dich! Boah, dann kannst du gleich das nächste lesen. Und zwar Kekse! Kekse! Wer wollen Kekse? Okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier Kekse schreibe? Moment, das muss noch mit einem tollen Smiley abgerundet werden. Moment, der wird jetzt echt schön. Gebt mir gerade voll die Mühe. Moment, wo ist der blöde Schrägstrich? Hier, so. Oh, das ist doch nice. Und jetzt, neuer Eintrag. Was passiert jetzt? Jetzt ist es bestimmt irgendwo im Internet gelandet. Bam, einfach so. Oh, Johnny. Ah, da malt er wieder. Oh, es schneit! 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 Entschuldigung. Es schneit! Zwar nur im Game, aber jetzt wisst ihr, wie ich mich aufführen werde, wenn es hier das erste Mal schneit. Da werde ich dann ein Video für euch machen. Werde ich die Kamera aus dem Fenster halten und einfach nur... Es schneit! Es schneit! Es schneit! Oh, jetzt ein großes Haus mit Kaminen. Wäre schon nice. Irgendwer klingelt. Oh, Paparazzi! Oh, Paparazzi! Charlotte Feber möchte ein bisschen um Johnny Nussbaum an einer Verabredung interessiert ist hell-nose. Hell-nose! Ja, doch, komm, so ein kleines Winter-Date. Ja, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, als pinke Bilder zu malen. Paula hat gerade gelernt, wie man Folgendes zubereitet. Moment, dann soll sie jetzt noch Fruchtparfait lesen. Kann sie das... Moment, Moment, ich bin gerade wieder... Ja, Fruchtparfait. Okay, dann verfolgen wir jetzt mal Johnny auf seinem Date, oder? Der kleine Schisser. Oh, ist das schön hier. So verschneit. Oh, nice. Wo wurde er überhaupt hin eingeladen? Eher! Die hat ihre Hausaufgaben mit zum Date gebracht. Die wollte nur... Die wollte nur, dass er hier bei den Hausaufgaben hilft. Im Schnee. Was ist denn das für eine dumme Anmache? Dich kann ich auch schon im Schulbusch. Möchtest du mal meinen Binsel sehen? Und meine Leinwand? Wollen wir vielleicht mal reingehen? Mir ist kalt. Komm, komm mit rein. Attraktive Gesellschaft. Und sie geht weg! Du Arschkugel, komm mit! Komm sofort mit nach drinnen! Nein, sie fährt weg! Was zum... Wie kann sie nur? Hier geht es richtig zur Sache am Arsch! Die fährt gerade weg! Wir haben gesagt, hallo, möchtest du meinen Pinsel sehen? Und jetzt ist sie geflüchtet. Oh, Mann! Wunderschön, dass sie sich mit Charlotte erleben. Charlotte ist gerade... Weggefahren! Was? Wie? Warum? Geh dich besaufen, Johnny! Das hat doch eh alles keinen Sinn mehr bei dir! Johnny Nussbaum. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich die Regeln brach. Ich blieb nach der Ausgangssperre draußen. Mein Date hatte mich gerade verlassen. Es war nur noch ich, in der einsamen Hotelbar. Ich werde mich immer an die sorglose Freiheit meiner Jugend erinnern. Wenn ich alt und schwach bin, wie jetzt! Paula hat gerade gelernt, wie man irgendeinen Scheiß zubereitet. Wonderful! Jetzt lass mich da rein! Dann halt nicht... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hier drin werden sie mich nicht finden! Nein! Nein! Ich bin doch nur hier und spiele! Nein! Johnny! Nein! Nein! Geh doch nicht auch noch da raus! Ach, Johnny! Du bist so ein Mongo! Oh, der läuft ja auch noch direkt in die Arme! Mann, Johnny! Warum bist du so ehrlich und so dumm? Aber Officer, Sie verstehen nicht mehr! My Date hat mich verlassen! Johnny Nussbaum wurde nach der Aus... ...schwem... 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 Aber ist das dein Missverständnis? Das ist... Wo sind wir? Bringen Sie mich nicht nach Hause? Warum... Warum haben Sie mich an den Rand der Stadt gestellt? Wo bin ich? Ach! Wo...? Ach, da hinten. Hey, Toni, ich hab gehört, du warst zu lange draußen. Wie war's? Kann ich das nächste Mal mitkommen? Nein. Du bist dumm. Traurig. Moment. Es ist schwer zu ertragen, wenn jemand, den du gerne magst, deine harte Zeit durchlebt. Wegen Kontakte knüpfen. Angeäkelt. Meine Fresse. Stell dich einfach wieder hier hin und male. Das kannst du. Da kann auch nichts schief gehen. Ach, Ralf. Dusch mal. Dann überprüfst auch du das Wetter. Und dann gehst du mal was futtern. Oma können wir jetzt auch langsam ins Bett gehen. Le Chantal. Talchon. Schläft auch. Und wir werden langsam aber sicher eingeschneit. Oh, ich sollte vielleicht das Dach drauf machen. Nein. So. Schön. Mich wundert es, dass der Schnee nicht abrutscht. Okay, das ist ein bisschen schwer zu machen, aber das würde end die Dachlawine geben. Ich habe hier übrigens auch ein schräges Dach über dem Kopf. Da könnt ihr euch schon drauf einstellen. Wenn ich im Winter Let's Plays mache, dass dann zwischendurch immer so ein paar Dachlawinen hier runterkommen werden. Das ist ganz normal. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier mal wieder runter. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von Let's Play The Sims 3. Ich muss jetzt hier einen Moment speichern und beenden. Ja. Tschüssi. 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 Tschüssi.